Hier haben wir eine Sücke, oder? Ja. Eine Ecke mit den Becken. Auf zu geben, und da liegen die Gänse. Die Bürger können auch hierher kommen, hier vor Ort ihre Stimme auch abgeben. Dann wird hier so lange aufgehoben bis zum Wahlsonntag und erst am Wahlsonntag werden die Briefe geöffnet. Wenn man den Leuten denken, das ist auf alle Fälle wichtig, merkt man jetzt immer kurz vor, bevor wir jetzt hier zumachen. Und ja, die Leute sind auch bequem geworden. Sie wollen Sonntag sich frei halten. Man weiß auch nicht, wie das Wetter wird. Da halten sie sich lieber den Tag frei, machen vorher einen Brief, weil es einfach bequemer ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017